Run, Rabbit, run, Rabbit, run, run, run. Russland, Halbinsel Kamtschatka im Skigebiet Snow Valley. Die Firma Helipro hat sich auf Filmaufnahmen aus Helikoptern spezialisiert. In dieser Produktion soll ein Snowboarder vor einer Lawine herfahren. Doch was in der Szene nicht geplant war, das ist dieser weiße Schneehase hier. Er läuft direkt in die künstliche Lawine rein und muss dann um sein Leben kämpfen. Klar, eine Filmfirma lässt solch ein Material nicht ungenutzt liegen. Die russische Produktionsfirma hat das Material mit einem passenden Lied aus dem Jahre 1939 unterlegt. Run, Rabbit, run wurde damals von Noel Gay und Ralf Butler geschrieben. Das lustige Video wurde dann auf Vimeo veröffentlicht. Könnte es eine bessere Werbung für eine Filmproduktion geben als solch zufällige Aufnahmen? Dem Hasen ist übrigens nichts passiert. Das teilt die Firma Helipro auf ihrer Webseite mit. Run, 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 roll, rabbit, run, rabbit, run, run, run.